das ist doch mal so richtig geil heute am montag den 12. april 2021 mein 270 oder 275 watt modul von trinal keine ahnung habe ich mir gebraucht gekauft von paar wochen so eine balkon kraftanlage mit 245 keine ahnung gucke ich mal nach schreib es hier drunter wenn ich lust habe aber dieses eine panel arbeitet richtig schön und es macht spaß der sonne zu beobachten jetzt habe ich mal das licht ausgemacht ob das besser ist dann werde ich gespiegelt leider nein ich habe das blöde hängen jetzt kommt gerade die dicke wolke und schon geht es wieder hoch ja das ding das rennt ganz gut ich habe in den letzten vier wochen obwohl das wird ja recht rauschend nicht berauschend war wollte ich eigentlich sagen also bescheiden war ja habe ich schon rund 25 kw damit erwirtschaftet ja das ist so eine feine sache schon 220 für ein 270er panel das ist schon krass altes schätzchen 219 habe ich flach einfach flach oben auf meinem dach liegen das ist schon krass alles klar bis dann bye bye